Love Island Medi, sucht sie zum zweiten Mal die Liebe im TV? Zweiter Kuppelsho-Anlauf? Im Sommer 2017 flimmerte im Dating-Format Love Island über die TV-Bildschirme. Auch wenn die Brünette vielversprechend mit Muskelprotz Mika Heiter anbandelte, war ihr Besuch in der Villa nur von kurzer Dauer, Medi packte kurz nach ihrer Ankunft schon wieder ihre Sachen und beendete das Experiment freiwillig. Jetzt verriet sie im Promiflas-Interview, ob sie der Liebessucher im TV noch einmal eine Chance geben würde. Mit Promiflas plauderte die Schönheit über ihre Karrierepläne und gab dabei bekannt, dass sie schon bald wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, es stehen definitiv noch einige TV-Formate an. Und obwohl man es nach der plötzlichen Abreisen nicht vermuten würde, auch in Sachen Kuppelshoes habe Medi tatsächlich Blut geleckt. Ein zweiter Versuch? Absolut nicht ausgeschlossen. Es hat mich nicht abgeschreckt, offenbarte die Sing-Leladi. Doch warum machte sie bei ihrem letzten Flirt-Abenteuer dann so einen abrupten Abgang? Es war nur einfach komplett neu für mich. Ich musste diese mediale Welt für mich verarbeiten. Es waren aber Menschen da, die mich aufgebaut haben, die mir gesagt haben, alles ist cool. Man darf wohl gespannt sein, wo und wann Medi als nächstes zu sehen sein wird. Fest steht, dass es für sie beruflich bedingt mit den Fotografen Frank Altmann für ein Projekt nach Brasilien geht. Worum es sich dabei genau handelt, wollte das Realitustanchen aber noch nicht verraten.